hier sind wir wieder sprich ja hier sind wir wieder hier der dude wieder mit einer weiteren folge Turok und ab geht's wir haben das letzte mal gespeichert ich hoffe diesmal sterbe ich nicht ach du scheiße wirklich gut ist wir messern uns hier durch man nennt mich auch der Schlitzer Litz Litz Schlitz 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 sofort tot Pfeile Schlitz es geht ganz einfach rangehen springen Schlitz Schlitz umrunden umrunden einfach umrunden also von hinten sieht man tötet man Raptoren nie von vorne wo kommt denn der her oh Gott da kommen wir auch gleich Dinos schön von hinten von hinten da ist die Schwachstelle da ist ja noch einer dem mehr soll ich nicht da war's oh super das Portal Schlitz oh wenig ein Leben ist nicht gut das müssen wir auch vorsichtig spielen da ist auch ein Level das ist auch 25 Leben safe schon noch mehr leben und wieder zurück springen sicherheitshaber ok gehts weiter oder was ne schon gewehr ok 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 wo sind wir hier ich denke wir sind hier viel zu früh ich geh nochmal zurück hier gehts doch auch grad weiter vielleicht ist das ja eine geschlossene Höhle komm bis 23 Momente 25 Leben gehen wir den hier lang ich bin 25 Leben Schlitz 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 bringen wir die eine Höhle Leben und Waffen und Muniz zu geben Safety first gut dass wir hier drin waren das haben wir wieder ab folgen einfach dem Brotgekrumm die wir hinterlassen haben Können sich hoch die Leichter wir haben unseren Weg geflossen mit Leicht komm wir gehen nochmal ins Portal Geht so nicht ist er dumm und ist auch wieder weg ja ja der Dude da macht wieder Scheiße gut gehts hier ah nun ich hab noch mal safe bloß bei dem das ist ein Stopp was hat denn der für eine Waffe ach dazu brauchst du bestimmt die Energiezelle down down wir gehen mal hier rum können wir hochklettern da oben ist was da oben ist noch ein ganz langer Weg klettern wir mal hoch klettern wir mal hoch mein Gott was ist denn das für ein Weg da ist so um ist nicht nicht bestimmt nur auf er auf 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 irgendwas geöffnet und schon haben wir wieder richtig viel Leben was habe ich denn jetzt geöffnet doch das überlebe ich was ist denn das für ein kronotei was ist denn das für die scheiße ich hasse das wenn ich nicht weiß um was es hier geht also ich weiß nicht ob es aufgefallen ist aber Tore besticht nicht durch die super tolle geschichte dies die existiert eigentlich gar nicht wo können wir denn da hoch ich habe die 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 anders hoch stimmt irgendwie wieder von oben irgendwo und schon wieder stopp da hallo wo 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 where Leben, Leben, Leben ist wichtig. Sehr gut. Weiter geht's. Ich muss jetzt so lange spielen, bis ich einen Speicherpunkt finde. Down. Down, down, down. Da, verklein' den Tor. Da ist ein Schlüssel. Kann man runterfallen und sterben? Portal. Ich hoffe, es verschwindet nicht gleich wieder. Ach, das war das. Das mach ich nicht nochmal. Ich kann knicken. Ist klar. Ist klar. Scheiße. Da muss man irgendwie hin. Tag. Oh, oh, oh. Was ist denn hier? Wo kommen denn die ganzen blöden Viecher her? So, jetzt kann ich schon keine Energiezellen mehr aufnehmen. Und ich weiß nicht mal, wofür die sind. Ist das scheiße. Gut, hier ist ein Portal. Gehen wir mal rein. Boah. So ein fieser, fieser Typ schon wieder. Okay, hier ist was zum Speichern, aber wir gehen erstmal ein Stück vor. Wir haben ja noch ein bisschen... Ja, noch ein bisschen Weg vor uns. Und haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Alles, äh, klar. Äh, was war das? Leute. Können die springen? Geil. Ich hab mich erwischt. Sterben die Leute? Super Gerät. Junge, Junge, Junge. Gott. Geht's hoch? Okay, okay, okay. Gott, ich will nicht leben. So, hier sind wir am Kontrollpunkt. Hm. Geh ich nochmal zurück und speichere Sicherheitshaber. Dann müssen wir ja rein, theoretisch dort wieder rauskommen. Jetzt speichern. Weiß nicht. Okay. Okay, jetzt komm ich hier auch wieder zurück. Jawohl. Jawohl. Und wieder speichern. Jungle. Ja. Keiner Scheiß. Speichert. Weiter geht's. Hier waren wir ja schon überall. Wir haben noch ein paar Minuten. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Tot, 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 tot. Tot. Wir haben aber den einen Schlüssel nicht. Da müssen wir bestimmt nochmal lang. Den müssen wir bestimmt nochmal holen. Oder ich hole ihn dann allein nochmal irgendwann. Geil, Schrotenmunition. Wichtig. Wichtig. Geht auch raus. Ich hab's Gefühl, hier geht gleich irgendwas los. Was? Jetzt hab ich echt viel nicht Leben. Gebt mir Leben Och man 33 Leben Kann ich irgendwas aktivieren? Gott, was habe ich jetzt gemacht? Boah Nein Tech-Rüstung Ach hier, das ist so eine Schrot, alles klar, das ist so eine Automatik So funktioniert das also Zack, rüber schnell Er schießt Okay Da ist das Portal, wo ich langgekommen bin Gut, gehen wir mal weiter Ich habe die Knirps hier brauchen Jetzt bin ich wieder in der Höhle Das ist gefressen Junge Soll ich mal aufräumen hier Wie sieht das hier aus? Das ist aber breit Dreck, Viecher Ist das auch so groß Das gefällt mir nicht Gott Fiese Todesanimation Da geht es auf jeden Fall weiter Leben getroffen Geht das hier auf? Geile Scheiße Das war eine Big fucking Garn bestimmt Leute, was ist da los? Kommt mal da ran Ach, jetzt bin ich wieder hier Ich will doch gar nicht hier sein Ich will die Big fucking Garn Hä? Oh, ich muss jetzt nicht da runter Ich will da noch nicht runter Ich will die Big fucking Garn Geh nochmal hier rein Du wusstest, ich habe irgendwas Habe ich übersehen Bestimmt So nicht aufzugehen Geht denn das auf? Vielleicht in dem großen Raum Gibt da irgendwas Irgendwas vorder Das ist nur eine Kack-Schein-Scheinplatte Hier wieder unser Nein, das glaube ich auch nicht Das ist Gehen wir mal rein Geh nicht rein Oh, sind doch nicht alle da einfach Reißen die einfach So Muss doch irgendwas sein Ich will die scheiß Waffe haben Mann Will ich auch nichts Gehen wir weiter Ärgerlich Lassen wir einfach jetzt mal links liegen Oh, das nervt mich Mann Boah Boah Was ist das? Speicherpunkt Nee, Kontrollpunkt Oh Gott Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Komm ich denn jetzt hier hoch Oh Nee, so nicht So auch nicht So auch nicht Auch nicht Auch nicht Auch nicht Ist irgendwo in der Höhle Komm schon Nicht Nein Komm Kann doch hier plattern Scheiß Hm Dann braucht das Portal Muss einen anderen Weg geben Okay Leute Damit Ich kann das gar nicht Spenden Naja doch Leute Ich beende das hier erstmal Zu wissen Ob Ich habe irgendwas vergessen 100%ig Ich werde nochmal durchgucken Und Ich würde sagen Wir sehen uns Und Bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss